Du, ich bin ehrlich gesagt froh darüber, dass ich keine Bankarten hab. Wenigstens hab ich keine Verantwortung. Erst, ich bin froh, dass wir nicht so ins Hirn geschissen haben wie dir, Kurte. Wieso? Weil, schau her, die Menschheit braucht ja Kinder, du Trottl, nicht? So stirbt ja die Welt aus, hörst. Na und, macht das was? Nach uns kann's eh ausstirmen, die Arschwelt. Jetzt hörst du auch so einen saublöden Blödsinn da her, das ist ja blöd, was du da sagst, das ist ja eine Trottlerei. Trotzdem wird's auch sterben, hörst. Weil sie noch so draufhauen und Kinder auf die Welt bringen. Du siehst, die Umweltverschmutzung nimmt ja von Tag zu Tag zu. Bei den frühen Wochen sind ja wieder erst zwei Tankerunfälle gewesen. oder mehrere. Bestimmt. Und die ganzen Fremden. Mit den Papieren. Und die Dosen. Und dann in die Hillisten. Was? Nein, die, was ja wurscht. Die Terroristen mit Atombomkraftwerken. Du brauchst nicht immer mehr lang vergehen. Die Zeit wird im Meer. Fast ins Meer schauert. Da wird nicht mehr ein Wasser. Sondern nur mit rein Öl drinnen schwimmeln, nicht? Und dann die ganze, die mit ihren Atombebetten. Betonien. Die ganze Atomschützmüll. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020